So, schönen guten Abend bei Nachts auf der Sternwarte. Der heutige Abend, wie in der Ankündigung beschrieben, kümmert sich oder steht ein Zeichen der Nebengebäude der Sternwarte, dem Bootschild-Gede, dieses Papunzel-Türmchen, wie ich ihn habe, mit dem Astrographen, dem kleineren Puppelgebäude. Wer schon mal durch den Park gegangen ist, hat diese Gebäude sicher gesehen. Wir sind leider in ziemlich schlechtem Zustand, seit längerem unbenutzt. Wir sind durchaus auch Ziel von Vandalismus gewesen, insbesondere im letzten Sommer. Das war also wirklich vollbarrikadiert und nicht zugänglich. Wir haben jetzt eine Gruppe gegründet. Wir sind vor allem Herr Professor Werner Weiß und Jürgen Kohn. die zum Ziel hat, sich um den Erhalt dieser Gebäude zu kümmern. Das wird in irgendeiner Form eine Nutzung erfordern, um die Behinderung zu gewinnen, dass die Gebäude einfach sich selbst überlassen werden und dann irgendwie zusammenfallen. Also am heutigen Abend wollen wir ein bisschen diese Gebäude ins Bewusstsein bringen, etwas über die Geschichte der Gebäude lernen und auch insbesondere über die Geschichte von Albert Freier von Rothschild, auf dessen große Bestände diese beiden Gebäude zurückgehen. Dazu haben wir heute zwei Vorträge. Die erste wird sein von Gabriele Kohlbauer-Fritz. Sie ist vom Jüdischen Museum, hat im letzten Jahr eine Ausstellung über die Rothschilds kuratiert. Und sie wird uns allgemeines über die Spuren, die die Rothschilds in Wiener Stadtteil hinterlassen haben, erzählen. Dann im zweiten Vortrag von Christine Appel, wo sie sich unten, sie wird uns konkret über unsere Fernwartengebäude erzählen, insbesondere im Rothschild-PD. Und im Anschluss daran gibt es entweder die traditionelle Refraktorführung oder ausnahmsweise können wir zeigen, das, was von dem Rothschild-PD übrig geblieben ist, was noch in Verbindung ist, nämlich als Teil unseres Praktikums, das ist der schreckte Farb, der befindet sich im Keller. Den können wir hinterher vorführen, das ist hier ein sogenanntes Blinkomperator. Dazu werden wir dann hinterher die Gruppen aufteilen und austreiben. Aber zuerst freuen wir uns auf den Vortrag. Dann Frau Brühlbauer-Fritz und... Sehr gut. Ja, ich nehme an, einige von Ihnen haben vielleicht die Ausstellung im Jüdischen Museum gesehen. Die Ausstellung hat geheißen, die Wiener Rothschilds ein Krimi. Ja, jetzt den Vortrag habe ich genannt, eine Spurensuche. Wie wir so auf den Titel gekommen sind, warum haben wir das ein Krimi genannt? Weil, wenn man so die Geschichte der Rothschilds in Österreich betrachtet, ist es durchwegs, also zeitenweise wie ein Krimi. Und das Ärgste, was passiert ist, wissen Sie, nach 1938, wie Louis Rothschild ist verhaftet worden und ist über ein Jahr im Gestapo-Gefängnis gesessen. Und die Nazis haben versucht, also quasi seine Geschwister zu erpressen. Und nach einem Jahr konnte er emigrieren. Und es ist dann auch in Amerika eine True Detective Story erschienen, wo quasi diese Verhaftung von Louis Rothschild, wo darüber geschrieben wurde. Diejenigen, die die Ausstellung gesehen haben, die können sich vielleicht erinnern an die Eingangssituation. Da hatten wir eine Sphinx aufgestellt. Eine Sphinx und allein wie wir diese Sphinx gefunden haben, ist ein Krimi. Also die Sphinx stammt, die war ursprünglich im, also die Rothschilds hatten ja mehrere Palais in Wien. In der Prinz-Eugen-Straße, wo heute die Arbeiterkammer ist, da stand ein großes Palais der Rothschilds und dann auch in der Theresianumgasse, dort ist heute auch ein Gebäude der Arbeiterkammer. Die Palais wurden arisiert und im Palais in der Prinz-Eugen-Straße war die Zentralstelle für jüdische Auswanderung. Und nach dem Krieg sind sie resituiert worden und die Rothschilds haben sie dann verkauft an die Arbeiterkammer und die Arbeiterkammer und die Palais abreißen lassen. Und wie kommen wir zu dieser Sphinx? Ja, hier sehen Sie Fotos vom Abriss der Gebäude. Also das Gebäude in der Prinz-Eugen-Straße war eigentlich in einem guten Zustand. Das Gebäude in der Theresianumgasse war zum Teil zerstört, aber man hätte die sehr wohl restaurieren können und das Bundesdenkmalamt damals hat sich auch gegen die Zerstörung der Gebäude gewehrt, aber die Arbeiterkammer hat sich durchgesetzt und gesagt, wir brauchen ein modernes Haus. Also das Haus, das heute dort steht in der Prinz-Eugen-Straße ist, ja, steht unter Denkmalschutz. Ja. Auf jeden Fall, Sie sehen hier die Rückseite des Palais in der Prinz-Eugen-Straße und da sehen Sie, warte, ich muss da, ich habe ja diese, da könnte ich zeigen, die beiden Zwingen, die sieht man da, ach so, da, so, genau, hier die eine und hier die andere Sphinx. Also wie kommen wir zu diesen Sphinxen? Ein Kollege von mir hat im Parteiarchiv der Kommunistischen Partei nach ganz was anderem gesucht und dann ist er gekommen und hat gesagt, schau, da gibt es interessante Fotos, schau dir die Fotos an vom Abriss der Rothschild-Palais. Dann habe ich die Fotos angeschaut und auf einem Foto hat man dann gesehen, wie die Sphinx abtransportiert wird und auf der Rückseite des Fotos stand, die Sphinx wird abtransportiert ins Arbeiterwohnheim nach Gießhübel. Da habe ich gedacht, ah interessant, die müsste es eigentlich noch geben. Und dann habe ich mal recherchiert, habe in Gießhübel angerufen, das Arbeiterwohnheim gibt es schon lang nicht mehr, hat irgendeinem Immobilienprojekt weichen müssen. Und dann war auch etwas, also warum waren diese Fotos überhaupt im Kommunistischen Parteiarchiv? Das ist auch interessant. Ja, es ist so, meine Rothschilds waren immer sehr viel, es war eine wichtige, mächtige Familie und eine Familie, die auch sehr viel, die immer im Zentrum der Kritik stand auch und Feindbild für viele war, also für Rechte wie für Linke, also auch die Sozialdemokratie, die Kommunisten, die Rothschilds waren das Feindbild, für die Nazis sowieso. Und es ist sehr viel polemisiert worden gegen die Rothschilds und es gab so eine Zeitschrift, eine kommunistische Zeitschrift von Bruno Frey herausgegeben, wo dann auch so geschrieben wurde über den Abriss der Rothschilds-Palais mit einer gewissen Suffisanz, also mit einer gewissen Befriedigung, so quasi die reichen Paläste sind weg. Und es wurde auch wirklich, es wurden Steine dann verwendet für die Restaurierung des Stephansdoms, weil der Stephansdom ist ja während des Krieges dann zum Teil beschädigt worden und man hat da so die, und der Artikel in dieser Zeitschrift hieß, also Steine vom Rothschild-Palais, Steine vom Rothschild-Palais für den Steffel. Ja, und jetzt weiter haben wir, also wir haben halt dann recherchiert, 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 haben also wirklich herumtelefoniert und am Schluss habe ich die Information bekommen, die Sphingen stehen beide in einem Garten, in einem privaten Garten in Wien, in Leasing und dann haben wir, wir haben die Adresse gehabt und dann haben wir Google Earth genommen und haben geschaut, weil wir haben gesagt, wo, also die müssen ja im Garten stehen, die Sphingen, die stellt man sich nicht ins Wohnzimmer und mit Google Earth haben wir die dann entdeckt und dann haben wir dort angerufen, also irgendwie die Adresse irgendwie noch ausfindig gemacht, angerufen, es war ein sehr netter Herr, der hat die Sphingen geerbt und sie wurden verkauft quasi, die Arbeiterkammer hat sie verkauft, also das ist nicht Raubkunst, die Arbeiterkammer hat quasi alles, was noch irgendwie verwendbar war, verkauft von den Palais, unter anderem eben die Sphingen und die haben mehrfach den Besitzer gewechselt, aber detektivisch konnten wir sie ausfindig machen, zuletzt eben mit Google Earth und dann, ja, haben wir eine Sphinx bei uns im Museum ausgestellt, das war schon rein statisch, kleines Kunstwerk, also ich habe da Gott sei Dank einen Statiker zur Hand gehabt, der da sehr hilfreich war und gegen alle Bedenken, also diese wirklich schwere Sphinx dann im Jüdischen Museum positioniert hat. Also das ist, wie gesagt, ein kleiner Krimi. Ja, also woher kamen die Rothschilds ursprünglich? Aus Frankfurter Main, aus der Frankfurter Judengasse, der Stammvater, Meyer Amschl Rothschild, war also ein kleiner Münzhändler, also aus bescheidenen Verhältnissen hat sich die Familie quasi im Bohr gearbeitet. Meyer Amschl hatte fünf Söhne und die Söhne hat er so in europäische Hauptstädte geschickt, also einer ist in Frankfurt geblieben, einer ist nach London gegangen, einer ist nach Paris gegangen und Salomon Rothschild ist nach Wien gegangen, einer ist auch nach Neapel gegangen und die Rothschilds wurden dann auch geadelt, also 18, 17 schon haben sie, haben vier der Söhne ein Adelsdiplom bekommen und der fünfte Sohn, der war in England und daher konnte er nicht den österreichischen Adelstitel bekommen, aber 18, 22, dann wurde der Adelstitel wirklich an alle fünf Söhne vergeben. Und wobei man dazu sagen muss, diese Adelstitel in Österreich, das war ja eigentlich so, das war so eine Einnahmequelle für den Staat. Den Adel hat man bekommen, also Geschäftsleute haben ihn bekommen, dann Professoren, Künstler, also man musste dafür zahlen und da gab es auch dann so Abstufungen, also vom Ritter, Freiherr, Baron und man hat jedes Mal bezahlt dafür und dann ist man irgendwie so langsam aufgestiegen und der Adel ist aber nicht zu, also ist was anderes als Aristokratie, er ist nicht Geburtsadel. Genau, nicht das Blaue Blut, wobei man dazu sagen muss, und in Österreich sind also die Adelstitel sehr freizügig vergeben worden und also auch Juden konnten geadelt werden und auch zu einer Zeit, wo Juden noch keine staatsbürgerlichen Rechte hatten, also Toleranzsteuern zahlen mussten, haben sie trotzdem oft einen Adelstitel bekommen. Ja, das hat sich, also das ist so ein österreichischer, wie man so sagen, ein österreichischer Widerspruch sozusagen. Weil in Preußen hingegen war es eigentlich fast unmöglich, wenn man nicht getauft war, geadelt zu werden. Aber in Österreich, der Kaiser hat die Adelstitel, hat ein gutes Geschäft damit gemacht sozusagen. Ja, und was ich noch sagen wollte, die Rothschilds waren dann die einzige Familie, die dann, also so in den späteren Generationen, die dann Zutritt hatten, also die Hofbesitzfähigkeit gehabt haben. Das heißt, die waren zu gleichgestellter Aristokratie, die wurden zu Kaisersfamilienfesten eingeladen, also die waren dann wirklich dem Geburtsadel gleichgestellt. So mächtig waren sie. Genau, das ist ein Bild aus der Ausstellung. Da sieht man nämlich sehr schön den Salomon. Salomon Rothschild, der ein sehr eitler Mann war. Also von ihm gibt es zahlreiche Porträts. Neben ihm ist Metternich. Das war so ein, er hat mit Metternich sehr gut zusammengearbeitet. Das war fast nicht nur eine politische, wirtschaftliche Beziehung, es war schon fast eine freundschaftliche Beziehung. Und hier ist Friedrich von Gänz. Sie kennen wahrscheinlich die Gänzgasse, die ist ja eh ganz in der Nähe, aber niemand weiß, wer dieser Gänz war. Und Gänz war so quasi Sekretär von Metternich. Er hat eigentlich diese, er hat Salomon Rothschild mit Metternich bekannt gemacht. Und Gänz war auch der, ich würde sagen, der BR-Agent. Also die Rothschilds waren sehr, warum waren sie so erfolgreich? Das ist so eine der Fragen, die immer wieder auftaucht. Also wie konnte diese Familie so erfolgreich sein? Es hat viele Familien gegeben, die zwei, drei Generationen erfolgreich waren und dann sind sie wieder verschwunden. Und viele Bankhäuser hat es gegeben, die Arnstein-Perera, Geimüller und so weiter, die für kurze Zeit wichtige Bankhäuser waren und dann waren sie wieder weg. Und die Rothschilds haben sich eigentlich über 100 Jahre halten können. Und ich sage, also es war ein, sie hatten einfach ein sehr modern aufgestelltes Unternehmen. Sie haben gewusst, was ist wichtig? PR. Ja, dann was ist wichtig? Ein Netzwerk. Also die Söhne, die in den europäischen Städten gesessen sind und die eigentlich sehr, sehr, also gut miteinander zusammengearbeitet haben, sehr loyal waren und wenn einer mal irgendwie Pech gehabt hat, haben ihm die anderen aus der Patsche geholfen, sozusagen. Also sie waren wirklich extrem und dann waren sie auch breit aufgestellt. Sie haben dann, also so, sie haben begonnen als Münzhändler, als Bankiers und dann haben sie auch Unternehmungen gegründet und ja, das waren so die Erfolgsrezepte dieser Familie. Genau. Und dieser Friedrich von Genz, der PR-Agent, das sage ich auch, also wie Salomon Rothschild ist nach Wien gekommen, eigentlich um, der österreichische Staat hat Geld gebraucht und die Wiener Bankhäuser waren nicht potent genug, also so viel Geld, so viel Kredite zu verschaffen und dann haben sie, also das Bankhaus Fries hat dann Rothschild mit, so mit hineingenommen und der Rothschild hat dann alle anderen irgendwie ausgetrickst, der Salomon und dann ist, und da gab es dann, also so, da war dann ein bisschen eine negative Presse, da hat sich auch ein Bankier dann um, also der ist in die Donau gegangen und da gab es eine negative Presse und da hat dann der Friedrich von Genz einen schönen Lexikonartikel im Brockhaus über die Familie Rothschild verfasst, wo er sie halt so über den grünen Klee gelobt hat und in sehr einem guten, positiven Licht dargestellt hat, also PR ist wichtig. Also wir haben die Ausstellung genannt, die Wiener Rothschilds ein Krimi, also manchmal waren die, die Rothschilds waren nicht immer die Opfer in dem Krimi, manchmal waren sie auch durchaus auf der Akteursseite. Ja, also diese Geschichte habe ich Ihnen gerade erzählt, also das war die, David Parrish war dieser Bankier, der dann irgendwo, der den Salomon Rothschild also so quasi angeworben hat und dann also von ihm sich ausgetrickst gefüllt hat und der dann in der Donau, also in der Donau ertrunken ist und dann auch Anschuldigungen gegen Rothschild erhoben hat. Also das ist der Metternich, aber das hier ist der Metternich. Ja, okay. Gehen wir weiter. Das Hotel zum römischen Kaiser, das ist im ersten Bezirk. Teile des Gebäudes bestehen auch noch bis heute. Das war so quasi das erste Rothschild-Viertel in Wien, das war eben im ersten Bezirk, dann später sind sie in einem vierten Bezirk übersiedelt und Rothschild ist nach Wien gekommen, Salomon Rothschild und zu der Zeit durften Juden in Wien nicht Grund und Boden besitzen und er hat sich einfach im Hotel eingemietet und er hat das ganze Hotel gemietet. Und man muss etwas sagen, Salomon Rothschild ist dann, ist zum Ehrenbürger der Stadt Wien ernannt worden und als Ehrenbürger der Stadt Wien galten dann alle Einschränkungen für ihn nicht mehr. Und dann hat er das ganze Hotel gekauft und hat es umbauen lassen. Also es gibt sehr wenig Juden, die Ehrenbürger der Stadt Wien, es gibt überhaupt sehr wenig Ehrenbürger der Stadt Wien. Also wir haben dann in der Ausstellung das Ehrenbürgerbuch ausgeliehen vom Magistrat und raten Sie mal, weil es ist ein Buch, wo alle Ehrenbürger verzeichnet sind, die die Ehrenbürgerschaft bekommen haben und die war wirklich mit großen Privilegien verbunden. Also wie gesagt, für Juden waren dann alle einschränkenden Diskriminierungen sind gefallen, wenn man Ehrenbürger wurde. Also der Salomon Rothschild war drinnen, der Anselm war auch Ehrenbürger und raten Sie, wer der letzte Ehrenbürger war in dem Buch? Er lebt noch. Das war der Bürgermeister Häupl. Das ist interessant, oder? Ein Buch. Ja, die 48er-Revolution war so quasi die erste große Krise für das Haus Rothschild, für das Wiener Haus. Und Metternich musste aus Wien fliehen, wie Sie wissen, und Salomon Rothschild hat ihm zur Flucht verholfen. Also er hat ihm das Fluchtgeld gezahlt sozusagen und er musste dann selber auch Wien verlassen. Und das war so eine Krise, dass eigentlich die Wiener Filiale wirklich sehr gefährdet war. Und aber mit Hilfe seiner Brüder, die ihm dann wieder ausgeholfen haben, ist es gelungen, das Wiener Haus wieder zu konsolidieren. Ja, so ein kleiner Ausflug nur, aber ich habe das in der Ausstellung haben wir das auch, so eine diplomatische Affäre, ich meine, das ist gerade sehr aktuell, Russland, Österreich, das gab es eine, also Rothschild war, es ist auch immer, also die Familie ist immer, sie haben sich nicht taufen lassen. Sehr viele Wiener Juden haben sich in der zweiten, dritten Generation einfach taufen lassen, unter dem Druck der Assimilation und den Diskriminierungen. Die Rothschilds waren so mächtig, dass sie das nicht nötig gehabt haben und sie waren immer fromme Juden und haben auch immer ihren Glaubensbrüdern geholfen, wenn es Probleme gab. Und eines dieser Probleme war die Flucht des berühmten Wunderrabbiners Israel Friedmann, der in Russland in Schwierigkeit, der ein Zadig war. Ein Zadig ist wirklich so ein Wunderrabbiner, der Anhänger gehabt hat und diese Friedmann-Dynastie war eine sehr berühmte Dynastie. Es gibt auch jetzt noch immer Nachfahren, diese immer noch sehr wichtige chassidische Rabbiner-Dynastie und der Israel Friedmann hat gelebt wie, also seine Anhänger haben ihn sehr unterstützt und er hat gelebt wie ein Baron in einem Schloss, auch in Russland und ist mit den russischen Behörden irgendwo in Schwierigkeiten bekommen, ist nach Österreich-Ungarn geflüchtet und die Russen haben eigentlich also seine Auslieferung verlangt und das war wirklich eine diplomatische Affäre zwischen Russland und Österreich und da hat sich dann eben Salomon Rothschild auch für den Rabbiner Friedmann eingesetzt und dann hat er politisches Asyl bekommen und hat dann in Zadagora, das ist heute, das hat zur Bukowina gehört, einmal auch zu Österreich-Ungarn, heute ist es in der Ukraine und in Zadagora hat er dann seinen Hof gegründet und auch wieder ein Schloss und seine Söhne haben dann Dynastien gegründet in Galicien, in Rumänien und in der Bukowina, also das war wirklich so eine ganz, ganz wichtige Rabbiner-Dynastie. Genau, was haben die Rothschilds in Wien gemacht? Also sie haben die Kaiser-Ferdinands-Nordbahn gegründet und das ist ein Modell des Kaiser-Ferdinands-Nordbahnhofs. Das Modell haben wir bekommen vom Technischen Museum und dieses, also diese Gründung der Eisenbahn, das war wirklich eine Pioniertat, ja, muss man sich vorstellen, ja, also und das war ja irgendwie, da waren sie einfach so ganz innovativ, die Rothschilds, ja. Und im Bahnhofsgebäude stand auch diese lebensgroße Figur von Salomon Rothschild, ja, und wie die Nazis dann die Macht übernommen haben, haben sie sofort natürlich die Rothschild-Figur konfisziert und sie ist ins Wien-Museum gekommen und dann später ins Technische Museum und heute haben wir sie in unserer Dauerausstellung stehen, also als Dauerleihgabe vom Technischen Museum. Ja, die Wittkowitzer Werke, das war auch, also die, das eine, das haben die Rothschilds gekauft und das war der größte Eisen-Stahlbetrieb in Österreich-Ungarn. Es war ein riesiges, riesiges Industrieunternehmen. Und also, und dann, also dann, ein hat, genau, das ist Anselm von Rothschild, das ist der, das ist der Sohn vom Salomon und er, also er hat dann die Kreditanstalt gegründet, die Kreditanstalt für Handel und Gewerbe, das ist die spätere CA. Also so quasi, sie waren dann in der Industrie, im Verkehr, im Bankenwesen, also sie waren wirklich extrem breit aufgestellt. und sie haben dann so über Europa hinausgehend, also auch dann in Südafrika Goldminen gehabt und also sie waren, es war ein, ein richtiges Weltunternehmen dann. und also, das ist auch wieder so ein kleiner Krimi. Ich habe Ihnen vorhin erzählt, bin ich noch nicht so lang, nein, das geht, ja. Ich habe Ihnen vorhin erzählt, dass Salomon Rothschild war sehr eitel, von ihm gibt es zig Porträts, sein Sohn Anselm war eher zurückgezogen, war, also, und er hat, also, er hat also eigentlich den Grundstock für die Kunstsammlung der Rothschilds gelegt. Die Rothschilds hatten eine sehr, sehr wertvolle und sehr großartige Kunstsammlung und von ihm selber gab es keine Porträts. Er wollte sich nicht porträtieren lassen und es gab aber so einen Wiener Karikaturisten mit Namens Klitsch, der auch eine, also der ein Karikaturist war, ein gelernter Landschafts- und Porträtmaler und der hat auch humoristische Zeitschriften herausgegeben und der hat also so heimlich eine Skizze, ein Skizzenporträt von Anselm irgendwo in der Oper oder im Theater, er hat ihn irgendwo heimlich skizziert und hat dann zu Hause ein lebensgroßes Porträt von ihm angefertigt vor einer Parklandschaft Sitzend und hat ihm das, also wie ich da überhaupt draufgekommen bin, das ist auch interessant, hat ihm das dann verkaufen wollen und dem Anselm hat dieses Porträt nicht gefallen, er wollte es nicht kaufen, woraufhin der Herr Klitsch in seinen satirischen Zeitschriften ein bisschen polemisiert hat und gesagt, der reiche Anselm Rothschild will das Bild nicht kaufen und hin und her, nollens wohlens hat er das dann gekauft und ich habe das gefunden in den unveröffentlichten Memoiren von einem von einem gewissen Goldschmidt, das war so der Prokurist der Rothschilds, der mit Salomon aus Frankfurt nach Wien gezogen ist und dann steht weiter, ja, was ist weiter mit dem Bild passiert, also der Anselm hat es nie bei sich hängen gehabt, es hat ihm überhaupt nicht gefallen, was wird mit dem Bild schon passiert sein, er hat es irgendwo hinterm Kasten stehen gehabt, wahrscheinlich haben es die Mäuse gefressen, so steht das in diesem unveröffentlichten Manuskript und dann habe ich mir gedacht, irgendwie wäre es interessant, ob nicht das Bild irgendwo in Wien noch überlebt hat und dann habe ich gesucht, habe ich gedacht, Klitsch, also einfach bei den anderen Museen geschaut, ob es irgendwas von ihm gibt, dieser Klitsch, der hat da ein eigenes Lithographieverfahren auch entwickelt, also er war irgendwie sehr umtriebig, als Maler war er nicht wirklich, also ich habe nirgendwo in Wien was gefunden von ihm, also nur mit seiner, mit seinem Lithographie, so heißt das, wie das genau funktioniert, kann ich nicht sagen, aber ein eigenes spezielles Verfahren, auf jeden Fall habe ich dann gedacht, so jetzt schaue ich einmal in der eigenen Sammlung, ob wir alle Porträts von unbekannten Persönlichkeiten, die wir in der eigenen Sammlung haben und dann schaue ich so und dann sehe, ja, wir haben so ein Porträt, Mann vor einer Parklandschaft sitzend, signiert Klitsch, das hat quasi, der das bei uns inventarisiert hat, hat es einfach falsch nicht lesen können und hat das, und so habe ich, und dann bin ich sofort ins Außenlager gefahren, weil wir haben, wir haben auch gefunden, das Porträt ist hässlich und haben es da im Außenlager irgendwo deponiert, und war mir klar, es ist es, ja, und dann habe ich, wir haben auch ein Inventarbuch, ein altes Inventarbuch vom alten Jüdischen Museum, Sie wissen, also wir sind eigentlich das älteste jüdische Museum der Welt, 1895 gegründet, 1938 wurde, 1938 wurde das Museum geschlossen, von den Nazis konfisziert, die Sammlung wurde konfisziert und dann in den 50er Jahren hat die jüdische Gemeinde das wieder zurück erhalten und in dem alten Inventarbuch sehe ich, dass 1905 jemand aus der Familie Goldschmidt, also aus der Prokuristenfamilie, dem alten Jüdischen Museum das Porträt geschenkt hat und dass es aber keinen Platz gab im alten Jüdischen Museum und dass das alte Jüdische Museum das Porträt dann dem Rothschildspital verliehen hat als Leihgabe und was dann weiter passiert ist, also das Rothschildspital, das war ja bis, das ist nicht das Rothschildspital, das ist noch die Kreditanstalt am Hof, ja, ja, also das Rothschildspital, das ist, das war als jüdisches Spital genützt bis 1942, dann mussten die letzten jüdischen Patienten wurden abgesiedelt, die mussten dann in die Malzgasse übersiedeln und dann hat die SS das so als Lazarett verwendet und nach dem Krieg, also es kommt dann auch noch, ist das Rothschildspital, also an die IKG, also es war dann ein DP-Heim für, für, ein DP-Lager für Displaced Persons, für jüdische Flüchtlinge aus Osteuropa und dann später hat die, also die IKG hat es auch residiert bekommen und später hat die IKG das dann ans Wifi verkauft und es steht heute das Wifi-Gebäude dort. Ja, aber das sind noch, das sind noch die Allegorien des Handels der Industrie und der Eisenbahn vom Gebäude der Kreditanstalt, also das sind, gibt es Figuren, die jetzt im Wien-Museum sind, also das waren natürlich riesige Figuren auf dem Gebäude und das war, die haben wir auch ausgestellt gehabt bei unserer, in unserer Rothschild-Ausstellung. Ja, der nächste Krimi, ich hoffe, bin ich schon zu lang oder geht es noch? Ein Kunstkrimi, wo die Rothschilds aktiv involviert waren und zwar ist es das Dornenreliquia, ein mittelalterliches Dornenreliquia, das in der geistlichen Schatzkammer ursprünglich war und in den, so im, ich kann es jetzt nicht genau sagen, wann, also so in den 1870er oder 80er Jahren ist das restauriert worden. Ja, also es ist, und in die Restaurierung war ein gewisser Salomon Weininger verwickelt, da war so ein Händler und Restaurator und irgendwie ein Hans Dampf in allen Gassen und er hat dann dieses Dornenreliquia ausgetauscht. Also das, die geistliche Schatzkammer oder jetzt, also jetzt ist es ja im Kunsthistorischen Museum, hat dann eine Kopie, also eine Fälschung aus dem 19. Jahrhundert zurückbekommen, das hat dort kein Mensch gemerkt und das Original ist in der Rothschild-Sammlung gelandet und ist jetzt in England im Wadison Bequest im British Museum und man ist dann erst drauf, also dass es sich um eine Fälschung handelt oder ist man erst so in den 1920er Jahren mal im Kunsthistorischen Museum draufgekommen. Aber es ist eine wilde Geschichte, hat der Anselm Rothschild gewusst, dass er das echte, das echte Reliquiar kauft und dass das, dass die geistliche Schatzkammer die Fälschung bekommt oder nicht, das ist nicht wirklich geklärt, darüber gibt es keine Aufzeichnungen. Aber es ist auf jeden Fall eine sehr lustige Geschichte. Der Salomon Weininger ist selber auch im Gefängnis gesessen und sein Enkel ist der Otto Weininger, den vielleicht einige von Ihnen kennen, der sehr umstrittene Philosoph, also so, er war Geschlecht und Charakter, war das Buch von ihm, also so ein Ferdus-Jeckel-Philosoph, der eigentlich äußerst fragwürdig war, frauenfeindlich, antisemitisch, weil er selber aus einer jüdischen Familie war und er hat ganz jung Selbstmord begangen und ist dann so als verrücktes Genie in die Geschichte eingegangen. Aber ich meine, ich finde das Buch nicht wirklich lesbar, aber es hat trotzdem unglaublich viel Aufsehen erregt, seinerzeit. Der Börsenkrach hat letztendlich dazu geführt, dass so populistische Massenparteien entstanden sind und auch Rothschild immer mehr im Zentrum antisemitischer Kritik gestanden ist und dann so sehr gegen die Rothschilds polemisiert wurde, also wie Sie an dieser Karikatur hier sehen. Ja, die sozialen Stiftungen, ich habe schon erwähnt, das Rothschild-Spital am Gürtel, wo jetzt das Wifi-Gebäude steht, nach 1945 war es ein Deepi-Lager für jüdische Flüchtlinge aus Osteuropa. Dann die Nervenheilanstalt am Rosenhügel. Da haben vielleicht einige von Ihnen mitbekommen, da gab es jetzt so ein bisschen einen Clinch mit der Gemeinde Wien auch, weil einer der Erben der Rothschilds, der HG, hat wollte, der hat jetzt gegen die Stadt Wien prozessiert und zwar der Rosenhügel, das war die größte Stiftung der Rothschilds in der Monarchie, das war so eine Nervenheilanstalt, ist in einem wunderschönen Gelände, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, also das ist ein riesiger Park dabei und in der Nazizeit ist natürlich auch das Gelände arisiert worden, ein Teil ist an die Wien Film verkauft worden und die Stiftung ist arisiert worden und danach ist es wieder eingesetzt worden, also nach 1945 ist die Stiftung wieder eingesetzt worden und da war es aber so, dass dann quasi eine Magistratsabteilung der Stadt gegen die andere, also die eine Magistratsabteilung hat der anderen Magistratsabteilung restituiert und in der ursprünglichen, also es ist eine komplizierte Geschichte, aber in der ursprünglichen Stiftung war vorgesehen, also welche Mitglieder die Stiftung haben soll und jetzt sind eigentlich nur mehr Vertreter der Stadt Wien vertreten in der Stiftung und die Rothschilds wollten das wieder also so revidiert haben. Es ist natürlich dann hier auch ein bisschen politisch instrumentalisiert worden, das Ganze ja ÖVP gegen SPÖ, also so schwierige Geschichte, aber der Herr Hauge hat selber auch also leidet am Parkinson und hat daher so ein sehr, er will nichts für sich zurückhaben, er will nur, dass dieses Spital als Spital erhalten bleibt, dass dort nicht jetzt der riesige Park irgendwie schön langsam irgendwie Wohnprojekten, irgendwelchen Immobilienprojekten weichen muss, das ist eigentlich sein Anliegen. Und ja, also man muss hoffen, dass vielleicht jetzt durch diesen Wirbel, den dieser Prozess verursacht hat, dass irgendwie jetzt ein gewisses Bewusstsein da ist und dass man nicht einfach dann irgendwie den Park schön langsam aufsplittert und eben dort Immobilienprojekte realisiert, weil es ist natürlich eine wunderschöne Gegend dort, da könnte man wunderbare Luxusbauten hinstellen, aber wir waren selber mit, die Familie war auf Besuch in Wien und wir haben so eine Exkursion gemacht, auch zum Rosenhügel und sind dort sehr sehr nett empfangen worden von einer Ärztin und sie hat uns dann auch gesagt, also es ist so wichtig, also es ist wirklich jetzt auch so eine Kinderpsychiatrie dort untergeboten, das ist so wichtig für die Kinder, also ein Teil der Therapie ist der Park, der große Park, die Natur. Kaiserin Elisabeth Spital, da waren wir heute, ich habe es dem Herrn Weiß glaube ich erzählt, wir waren heute dort, also da gibt es eine Stiftung von Albert und zwar seine Frau ist sehr jung an Brustkrebs gestorben und er hat dann eben den Bettina Pavillon dem Kaiserin Elisabeth Spital gestiftet und das Spital gibt es nicht mehr, da steht jetzt ein Wohnbau und ein Altersheim und der Bettina Pavillon ist ein Pflegeheim der Caritas und sie wollten dann, also sie haben die Architektin ist an uns herangetreten und gesagt, sie wollen eine kleine Gedenktafel für die Rothschilds auch haben und da haben wir ihnen ein bisschen geholfen und es ist sehr, sehr schön geworden, wenn sie einmal Zeit haben dort hinzuschauen, kann ich sehr empfehlen, also das ist im 15. Bezirk. Genau, dann die Rothschildgärten auf der Hohen Warte. Also auf der Hohen Warte gab es, also das war eine, das hat ein Nathaniel von Rothschild, der hat diese Rothschildgärten gegründet und dann ist es auch weitergeführt worden und es waren riesige Gartenanlagen mit Glashäusern und wo die Rothschilds dann auch Ideen gezüchtet haben und es gab da, also da konnte man quasi Erdbeeren und Ananas und exotische Früchte das ganze Jahr über ernten, teilweise sind die Gärten auch dann für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden und das da hat man Eintrittsgelder verlangt und das ist an der Freiwilligen Rettungsgesellschaft gestiftet worden. Die Figur, die Sie da in der Mitte sehen, die ist jetzt noch erhalten und zwar im Incagran Es gibt Incagran so ein Gartenbaumuseum Das ist sehr schön nicht jeden Tag offen aber da ist diese Figur aus den ehemaligen Rothschildgärten zu sehen und auch ein paar andere Dinge Diese Eingangssituation die ist auch heute noch das ist das Einzige was erhalten geblieben ist von den Rothschildgärten und diesen Laternenaufsatz mit den fünf Pfeilen also symbolisieren die fünf Brüder und die alle fünf geadelt wurden also dieser Laternenaufsatz der ist auch noch in Incagran im Gartenbaumuseum Die Rothschildgärten die wurden 38 natürlich auch arisiert und es war dann eine Zeit lang war so ein Hachschara-Lager für die Jugendallia dort untergebracht das heißt jüdische Jugendliche die gehofft haben dass sie noch aus Wien wegkommen und die so vorbereitet wurden auf dass sie so mit Landwirtschaft lernen also die haben da auch also so quasi sie wurden dazu so landwirtschaftlichen Arbeiten angehalten und manche die wenigsten einige haben es dann noch geschafft aus Österreich wegzukommen und genau sonst hat also vielleicht noch ja zurück zu den Rothschildgärten es war so dass Baldur von Schirach der hat dann dort auch residiert der hat da gab es eine Villa und da hat er gewohnt und es gibt so Erinnerungen von einigen der Jugendlichen die überlebt haben und die sagen ja also sie mussten Gemüse ernten und das alles dann und Obst ernten und hat alles für ihn und für seinen Haushalt also ihm quasi dienen und heute gibt es die Rot also so ein Teil der Rothschildgärten ist ein Teil gibt es noch ein Teil ist verbaut ein Teil das Töblinger Bad das vielleicht einige von Ihnen kennen und was vielleicht auch eine gute Geschichte ist das ist dass der Wiener Fußballklub der erste Wiener Fußballklub also gegründet ist auf der Hohen Warte den haben die Gärtner der Rothschildgärten gegründet und weil also die das war Fußball war damals in Österreich noch ein unbekannter Sport und die Rothschilds haben also die Gärtner extra aus England kommen lassen die also diese wunderschönen Gartenanlagen da eingerichtet haben und so ist es zur Gründung des ersten Wiener Fußballklubs gekommen wir eine Ausstellung darüber haben Superjuice im Sommer also da sind sie dann herzlich eingeladen zu kommen ja Erste Weltkrieg das war natürlich auch die nächste große Krise oder es hat eine Krise die nächste Krise abgelöst und also Vaterland vor Verwandtschaft also ich habe ihnen gesagt warum waren die Rothschilds auch so erfolgreich weil sie einfach ein gutes Netzwerk hatten ja und sie waren im Prinzip für das Geschäftsmodell war auch Friede ja weil nur so konnte konnte die konnte man kommunizieren miteinander ja und der erste Weltkrieg war so große Krise weil da musste quasi mussten alle Rothschilds an den für ihre jeweiligen Vaterländer in den Krieg ziehen also die Wiener Rothschilds wurden eingezogen für Österreich Ungarn zu kämpfen die Briten mussten für Großbritannien kämpfen die französischen Rothschilds für Frankreich und das war also Vaterland vor Verwandtschaft das war das hat schon ja das war eine große eine große Herausforderung und es war so dass ich meine die Rothschilds ja auch zum Beispiel dann versucht haben also die Frauen vor allem dann humanitär zu helfen und zu vermitteln diplomatisch zu vermitteln und haben sich für Kriegsgefangene eingesetzt also das war so eine Möglichkeit irgendwie aber hier das Foto da habe ich aus dem Kriegsarchiv und ich finde das sehr nett weil da ist ein Rothschild ich glaube es ist der Eugen Rothschild im Schützengraben und wenn sie da genau schauen da ist also da ist eine Häuserfassade ja also das Foto zeigt irgendwie er ist ein Rothschild normalerweise lebt er in einem Ballet aber so an der Front sind alle gleich und da ist er im Schützengraben genauso wie jeder andere Soldat also insofern finde ich das irgendwie ein sehr sehr witziges Foto genau und dann die Folgen des Ersten Weltkriegs also so das waren natürlich absolute wirtschaftliche Verwerfungen Hyperinflation Spekulationen haben den Markt beherrscht und es gab also ein großes Ansteigen des Antisemitismus es sind viele Bankhäuser sind bankrott gegangen und also auch die Kreditanstalt hat sich zwar halten können aber dann gab es eine Affäre dass die Kreditanstalt quasi die also noch immer wo die Rothschilds die meisten Anteile gehalten haben und dann ist die Kreditanstalt so quasi gezwungen worden die Boden Kreditanstalt die in Schwierigkeiten geraten ist zu kaufen und das hat dann die Kreditanstalt auch ins Schwanken gebracht und dann musste quasi der österreichische Staat aushelfen weil das war irgendwie also die Kreditanstalt hätte man nicht eingehen lassen können ja dann wäre der ganze Staat irgendwie dann wäre Staatsbankrott angesagt gewesen und so also wurde mit staatlicher Hilfe die Kreditanstalt gerettet und da haben sie natürlich alle unglaublich aufgeregt also und ich habe ja so ein Plakat der kommunistischen Partei Plakat der Nazis also jeweils die Rothschilds also so quasi als die herhalten mussten als Sündenböcke die böse Wichte schlechthin sozusagen dieses Feindbild Rothschild hat sich ja bis heute gehalten und wir haben in der Ausstellung auch so einen kleinen so eine Installation gehabt wo wir jetzt also gerade im Zuge der Corona Krise wo dann auch irgendwie so Verschwörungstheorien in Umlauf geraten sind und also quasi Rothschilds Pilgriffe also halt wo man halt irgendwie so ein paar Familien Soros Rothschild oder wo man gedacht so die die noch immer so die Welt regieren und wo einfach Verschwörungstheoretiker sich dann darauf versteift haben also das haben wir dann auch thematisiert und auch vollkommen absurd also ja die Geschichte nach 38 also Louis Rothschild seine Geschwister konnten alle fliehen er war als einziger noch in Wien und ist dann am Flughafen quasi verhaftet worden von der Gestapo und sie haben ihn dann er ist hier im dieses Foto ist aufgenommen nicht im Amorzinplatz sondern das ist noch aus dem von der Rosauer Lende da ist er gemeinsam also mit dem Leopold Kunschak das ist er hier ja das ist der Louis Rothschild und Leopold Kunschak war eigentlich ein ziemlich antisemitischer christlich-sozialer Politiker aber aber sie sind gemeinsam im Gefängnis gesessen in der Rosauer Lende und Rothschild war ihm dann noch ein ganzes Jahr lang in Gestapo Haft und dann also warum also was wollten die Nazis in erster Linie sie wollten die Witkowitzer Werke haben und das war natürlich das größte Eisen- und Stahlunternehmen und die Rothschilds haben aber auch schon schon in den 30er Jahren dieses Unternehmen eine britische Trustgesellschaft veräußert also sie waren und daher konnten die Nazis das die Witkowitzer Werke nie wirklich formal arisieren sie haben es als Hermann Göring Werke ausgebeutet aber es gab nie so eine weil die Nazis wollten ja immer so alle Arisierungen sozusagen sie wollten den Raub legalisieren unter Anführungszeichen und das ist bei den Witkowitzer Werken nicht gelungen dann also Kunstraub und Restitution das ist jetzt auch so ein großes Thema also die Rothschilds hatten eine riesige Kunstsammlung und die ist natürlich auch sofort beschlagnahmt worden und sehr viele also sie hatten wirklich Kunst es war die größte private Kunstsammlung die je in Österreich Ungarn bestanden hat und es ist viele für das geplante Führermuseum in Linz abgestellt worden und nach 1945 wurden die Kunstwerke zwar restituiert aber also aber auch nur die die man aufgefunden hat es sind ja sehr viele Kunstwerke verschwunden ja also und dann hat man also damit und die Rothschilds haben nicht vorgehabt wieder nach Österreich zurück zu kehren und damit sie einen Teil der Kunstwerke ausführen dürfen mussten sie andere an Wiener Museen und Institutionen zwangswidmen sozusagen ja dieses Werk hier was sie hier sehen das ist jetzt im Belvedere also das ist vom Meister des Lichtensteiner Altars so ein mittelalterliches Gemälde auf Holz das ist restituiert war nach 1945 an die Rothschilds also das durften sie auch mitnehmen aber das hat dann eine das ist dann von den Rothschilds in den 70er Jahren dem Museum geschenkt worden als Legat das ist das habe ich aus dem Archiv des Kunsthistorischen Museums also das hier war eine Sonderausstellung ich habe das dann extra genommen weil hier astronomisch mathematische Instrumente auch quasi angekauft wurden Neuerwerbungen zwischen 1938 und 40 also wenn man liest Neuerwerbungen zwischen 1938 und 40 kann man eigentlich davon ausgehen dass das durch die Bankraubkunst ist und dieses Inventarbuch hier also die Rothschilds die Kunstsammlung war natürlich also die die hatten Inventarbücher ihrer Kunstsammlung man muss dazu sagen und ich spreche jetzt über meine eigene Branche die Museumsmenschen also die Museumskuratoren sind bei den Rothschilds ein und ausgegangen und waren also befreundet waren eingeladen und die Rothschilds haben sehr sehr viel gestiftet an die verschiedenen Museen und Institutionen und nach 38 wussten die Kuratoren ja dann auch was vorhanden ist und das hier ist so ein also die Sammlung vom ich glaube das ist der Alfons Rothschild also wo dann auch wo dann so die Begehrlichkeiten vermerkt vermerkt worden wo jeder geschrieben hat was er gern hätte wo die Kuratoren die alles gut gekannt haben dann hinschrieben wir hätten gern das für unser Haus und das und das und das also das ist schon irgendwie ein Zeitdokument das viel aussagt genau und jetzt also Restitutionen nach 1998 also der Kunstrückgabegesetz hat dann festgelegt dass also so auch diese Zwangswidmungen nicht rechtens waren und dann haben die Rothschilds noch einmal sehr viel zurückbekommen unter anderem also diesen Franz Hals der ist jetzt also der ist dann mehrmals wieder verkauft worden ist jetzt wieder in Österreich also in den lichtensteinschen Sammlungen den haben wir ausleihen können für unsere Ausstellung und das ist das sogenannte Rothschild Gebetbuch also das Internationalbibliothek war ein christliches Gebetbuch und das ist dann also das musste dann die Nationalbibliothek jetzt also restituieren und das ist verkauft worden und ich glaube es ist irgendwie für eine Bibliothek in Australien erworben worden aber das war also seinerzeit das am teuersten verkaufte Buch dann man muss natürlich dazu sagen am Kunstmarkt wenn der Name Rothschild davor steht dann steigt der Preis auch gleich ja das Rothschild Porzellan das ist auch eine interessante Geschichte das haben wir seinerzeit angekauft und zwar das ist im Dorotheum verkauft worden zu einer Zeit haben wir das angekauft wo eigentlich Provenienzforschung noch kein Thema war in den Museen also so in den Anfang der 90er Jahre ja das ist und wir haben aber mit der Familie Kontakt aufgenommen mit der Bettina Loram die Rothschild und haben sie gefragt und sie gesagt na kauft das wir haben kein Interesse und wir haben es dann angekauft und in der Ausstellung haben wir das auch ausgestellt gehabt und dann hat sich ein junger Mann gemeldet und gesagt ja zu Hause haben sie genau das gleiche Geschirr und es ist immer so als Rothschild Porzellan also so war das in der Familie genannt worden auch das hat die Großmutter irgendwann gekauft halt im Dorotheum in den 40er Jahren und er will das eigentlich nicht mehr haben und dann haben sie uns das geschenkt ja und also ich habe das schon sehr beachtlich gefunden muss ich sagen also und das sieht man auch dass so eine Ausstellung das auch was bewirken kann ja und das dann ja das Menschen nachdenken über Dinge die sie zu Hause haben oder dass man ja das ist ja ja das ausgestopfte Krokodil das haben wir damals wie er die Ausstellung gesehen hat das haben wir aus dem Naturhistorischen Museum bekommen und ein tolles Objekt also wie wir auf das gestoßen sind auf das Krokodil also wir haben auch in einer Zeitungsmeldung irgendwie gesehen dass also die Rothschilds waren begeisterte Jäger und bei einer Afrika Safari haben sie also sehr viele Tiere erlegt und da stand dann in der Zeitung also und ein ausgestopftes Krokodil haben sie dem Naturhistorischen Museum geschenkt und da ich dachte naja muss man mal schauen ob das noch da ist und wirklich also das war in einem Büroraum war es an der Wand es ist so über die Wand geklettert und ja und dann haben wir das auch für die Ausstellung ausgeliehen und es war eigentlich schon ganz am Schluss da stand eigentlich schon alles fest wir haben keinen Platz mehr gehabt da haben wir noch dieses Krokodil gefunden und ich habe gesagt das hängen wir jetzt so einfach in unserer das hängen wir in die Kuppel und dann wie kontextualisiert man so ein Krokodil Großwildjägerei ist aus heutiger Perspektive ein bisschen ein dekadentes Vergnügen obwohl es noch immer Leute gibt die das betreiben und ja und wir haben dann gedacht also ich habe dann so ein schönes Gedicht von Heinrich Heine dazu auch gefunden der also über Paris schreibt und dass die Menschen sich vor Krokodilen und Ungeheuren fürchten und eigentlich sind die Menschen viel schlimmer als die Krokodile und ich habe gefunden das stimmt leider und ja und ich habe gesagt so das Krokodil ist auch so ein Zeichen also so das Böse ja und sie erkennen alle Kasperl und das böse Krokodil also das ist so ja und also so quasi oder Punch and Judy und das Krokodil auf das man immer hinhaut und das Krokodil das so der Sündenbock ist das sind immer die anderen ja selber ist man ja gut und ich habe gedacht so dass man so als am Schluss der Ausstellung etwas so ein ungewöhnliches Objekt wo man auch ein bisschen reflektieren kann und sich selber also wir denken auch über sich selber nachdenken kann ja das war es dann und dann bitte die junge Kollegin ganz herzlichen Dank für den Vortrag ja genau wenn Sie Fragen haben oh jetzt will man schon mal links in Wien Sternwarte hier oder also gestiftet so mal so ja Sie haben unzählige kleine Stiftungen noch gehabt also es waren so Sie haben gestiftet also so Stipendien für für Studenten also also eine Unzahl von Stiftungen ich habe jetzt wirklich nur so die großen Gebäude aber auch außerhalb uns ja ich habe jetzt also ich habe jetzt nur über Wien gesprochen aber Sie haben auch Niederösterreich sehr viel gemacht ja und Sie haben Stiftungen auch gehabt Sie haben Besitzungen gehabt in Niederösterreich und Sie haben auch Stiftungen gemacht in Niederösterreich ja 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 vielen Dank ich wollte noch fragen haben Sie noch eine Frage oder ja 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 Wir sind in der dritten Generationen auf diesen Anhalten, die damit zu tun haben. Wir sind immer gesagt, mit Geld zusammenhalten, man wird auch ein Teil dafür geben. Und der Leieramts-Rosen hat auch festgelegt, dass man nur, was ja gerade verbalisch organisiert ist, dann die Familie untergeht, nur die Söhne. Die Familie untergeht. Die Schule ist genau. Aber das ist auch so. Ja. 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 Ja, also ich weiß auch, dass es in diesem Moment, man wird es standen und dieses Denkmal, das Kindes-Denkmalamt, eigentlich der Chemie, die ja praktisch abgelesen werden. Aber, ich meine, die Arbeiterkammer, dann braucht man ein moderne, ein modernes Haus und diese Alten verlässt und die Gänge. Und es war sicher, es war sicher auch eine ideologische Entscheidung. Ja. Das sind bei einem anderen Ort, der St. da, der hier zum Beispiel, die Gäste, die Gäste, die Gäste, die Gäste, die Gäste, die Gäste, die Gäste. im ersten Bezirk, also wenn man hingeht und schaut, dann haben wir drei, dann haben wir die Hausnummer. Ich glaube Hausnummer drei. Die Apotheke. Ja, ja, ja. Ich glaube es ist Hausnummer drei. Und die Richtlinie? Die Richtlinie ist auch dort in der tschechischen Republik und was dort jetzt heute ist. Also die sind natürlich wahrscheinlich zum Teil Spiegel, also Eisenstahlwerke. Wo sind die hier für die Werte? Also ziemlich, glaube ich, in einer freundlichen Einstellung. Buche. Ja. Ja, noch Fragen? Ja. 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 Ja, aber das ist ein bisschen abgegeben. Aber es ist ja eine Idee von so, die hat die Einfluss auf andere, die zu sehen, wenn man so ein Thema oder so? Also ich glaube, dass die Werte, die Werte, die Werte, die haben auch, die bekommende man nicht, also das ist schon eine Familie, die bekommende man nicht einfach nicht die besten Schwierigkeiten. Ja. Ja. Aber wie gesagt, nach 1945, das war überhaupt schon, das ist überhaupt schon, die unheblich war nach dem Krieg nach 1945, ja, da war überhaupt kein Wiener da. Ja, das ist ein berühmter Ausspruch von Bundesminister Helmer, wie der heißt, ich gehe natürlich Sachen in der Ecke zu sehen. Also wenn die Menschen kommen und die Menschen beantwenden, nur, 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 nur nichts zurückgeben, nur, nur, nur nichts zurückgeben. Ja. 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 Ja jetzt hast, jetzt. Achso, ja, ja. Eine Frage ist mir noch eingefallen, ganz am Anfang. Da haben Sie gesagt, 1848, da gab es die erste große Krise. Was ist denn da passiert? Es war die bürgerliche Revolution. Ich meine, da muss man sagen, die Rothschilds waren natürlich sehr, sehr konservativ. Die meisten Wiener Juden waren liberal und haben eigentlich die Revolution unterstützt. Und es war einfach so, im Zuge der, also das Bürgertum wollte einfach auch politische Teilhabe haben. Und man muss sich vorstellen, Metternich, der hat ja so mit eiserner Hand irgendwie und mit seiner Geheimpolizei alles unterdrückt. Und ja, die Rothschilds waren sehr, sehr konservativ auf Seite von Metternich, wo hingegen also die meisten Wiener Juden sehr liberal waren und die also auf Seite der Revolution waren. Und Metternich ist dann so, also er musste am Schluss fliehen, sonst hätte man ihn wahrscheinlich irgendwie, also sonst wäre er umgebracht worden. Und es war eigentlich dann so, einfach der Will, also man wollte politische, ein liberaleres System haben. Es war ein Feudalsystem vorher. Ja, also Salomon ist auch geflüchtet und dann ist er wieder zurückgekehrt. Und wie man weiß, die Revolution frisst ihre Kinder, so heißt es. Ja, es gab ja so eine Sache, die während der Revolution passiert ist, war das erste ökumenische Begräbnis. Also die Gefallenen der Revolution, der Märzrevolution, die sind gemeinsam begraben worden. Da hat ein Pastor, ein katholischer Priester, ein evangelischer Pastor und ein Rabbiner, die haben gemeinsam die Gefallenen der Märzrevolution begraben. Ich glaube, das war der Sankt-Marx-Friedhof damals. Also das war so quasi jetzt, ja, so ein Zeichen der Brüderlichkeit, der Verbundenheit. Und ich meine, im Prinzip sind ja auch die ganzen nationalistischen Bewegungen aus der Revolution entstanden. Auf der einen Seite wollten wir dieses Feudalsystem zerschlagen und diese politische Kontrolle. auf der anderen Seite, also der Nationalismus des 19. Jahrhunderts fußt natürlich dann auch in der 48er-Revolution. Aber gut. Ja. Schön, ich glaube, ich will noch kurz kurz erzählen. Vielen Dank. Ja. Test, test, test. Danke. So. Nein. Springt. Gut. Okay, vielen Dank für den sehr interessanten Vortrag. Wir haben jetzt schon sehr viel gehört über die Wiener Rothschilds. Und jetzt geht es um einen Rothschild im Speziellen, der für uns hier an der Sternwarte sehr, sehr wichtig ist. Und zwar um den Albert und um seine Geschichte und seine Beziehung zur Universitätssternwarte Wien. Wenn das Wetter nicht so fürchterlich wäre, dann würde ich jetzt vorschlagen, wir machen eine kurze Pause und gehen eine Runde im Park spazieren. Was wir dort finden würden, wäre ein wunderschönes Nebengebäude, ein kleines Gebäude neben der Sternwarte im westlichen Bereich, das ein bisschen ausschaut wie ein kleines Schlösschen. Wer von Ihnen kennt das Gebäude? Alle anderen dürfen bei Schönwetter wiederkommen und es sich anschauen. Und wenn man sich das Gebäude genau anschaut, dann sieht man eine Steintafel, die da drauf montiert ist im Eingangsbereich und auf dieser Tafel steht, der Erforschung des Himmels gewidmet. Jetzt nicht so überraschend in einer Sternwarte. Aber wenn man sich da ein bisschen genauer anschaut, dann sieht man, dass da unten noch weitere Buchstaben sind, die man nicht mehr lesen kann. Und diese Buchstaben, wenn man das im richtigen Winkel fotografiert und ein bisschen trickst mit dem Licht, ergeben auch einen Sinn. Und zwar steht da nämlich nicht nur diese erste Zeile, sondern da steht der Erforschung des Himmels gewidmet von Albert Freiherrn von Rothschild. Wir haben das gesehen, wir haben uns gefragt, was ist denn mit diesem Albert gewesen? Warum hat denn der da eine Widmung drauf? Und vor allem, warum sieht man die nicht mehr? Und haben Nachforschungen angestellt und das ist das, was ich Ihnen heute präsentieren darf. Wer ist wir? Das nicht. Wir sind die Gruppe AstroQD. AstroQD. Wir haben vor einiger Zeit uns angefangen, Sorgen zu machen über die Gebäude, die da draußen stehen im Sternwarte-Park, weil sie in einem immer schlechteren Zustand sind. Haben uns überlegt, was können wir machen und haben uns gedacht, das erste ist mal Informationen sammeln. Das sind die Mitglieder unserer Gruppe. Meine Wenigkeit, Oliver Czoske, Fabian Haberhauer, Josef Rohn, Franz Kerschbaum, Tanja Rinla-Dalla, Markus Rockenbauer und Werner Weiß. Wir haben aber ganz, ganz viel Hilfe auch von außerhalb bekommen, von außerhalb vom Institut, zum Beispiel vom Wiener Cottage-Verein. Und ganz, ganz besonders viel Hilfe haben wir von Claudia Einhorn bekommen, vom Verein Kufen der Sternwarte. Und die Dinge, die ich Ihnen jetzt heute präsentiere, die Dokumente, die ich Ihnen zeigen werde, die sind wirklich aufgefunden worden von, im Archiv herumsuchen, von eben Claudia Einhorn und von Werner Weiß zusammen. Und die haben da wirklich großartige Arbeit geleistet. Vielleicht noch ganz kurz, ich bin keine Historikerin. Ich bin Doktorantin im Institut für Astrophysik. Das heißt, ich bin mehr für die astronomischen Fragen zuständig. Und ja, wir werden mal schauen, wie der historische Teil funktioniert. Ein Dokument, das wir gefunden haben, war zum Beispiel die Geburtsurkunde von Salomon Albert Anselm Freiherr von Rothschild. Und auf dieser Geburtsurkunde steht überraschenderweise nicht Wien. Deswegen habe ich mich vorher auch gefragt, wie das denn war in der Zeit. 1844 ist er geboren. Und zwar steht da Frankfurt am Main. Interessant. Ich habe mir jetzt eben gedacht, vielleicht hängt das damit zusammen. Und dieser Salomon Albert Anselm war ihm der jüngste Sohn von Anselm. Und der Enkelsohn von Salomon. Und deswegen hat er auch den Namen bekommen. Und man hat ihn in der Familie liebevoll Salbert genannt, statt Salomon Albert. Wir kennen ihn aber in der Literatur auch als Baron Albert von Rothschild. Der Baron war damals in der französischen Sprache und in anderen europäischen Sprachen dem Freiherrn ähnlich oder gleichgestellt. Deswegen wird er auch oft so bezeichnet in der Literatur. Genau, der Albert war zwar der jüngste Sohn, aber man hat ihm trotzdem das Erbe der Bankgeschäfte übertragen. Und man hat ihn natürlich auch gut ausgebildet, um dieses Erbe zu übernehmen. Und zwar hat man ihn nach Bonn und Brünn geschickt, um Jura zu studieren. Aber der Albert hat sich immer schon für ganz viele andere Dinge interessiert, neben dem Finanzwesen. Man sagt ihm auch nach, dass er sich für andere Dinge sehr viel mehr interessiert hat. Und er hat unter anderem in Bonn auch Kurse besucht zu naturwissenschaftlichen Themen. Und da haben wir zum Beispiel aus dem neuen Wiener Abendblatt folgendes Zitat gefunden, über ihn, über den Albert. Mit Vergnügen zeigt er intimen Freunden Vorlesungshefte, die er selbst während seiner Studienzeit in Bonn in den Vorlesungen des berühmten Agelander angelegt hat. Dieser Agelander, der Berühmte, war eben ein Astronom. Und er war außerdem der Gründer der Deutschen Astronomischen Gesellschaft. Und man weiß, dass auch Albert Rothschild später in die Astronomische Gesellschaft eingetreten ist. Und wahrscheinlich hat es da angefangen, dass sich eben Albert für die Astronomie interessiert hat, vielleicht schon früher. Aber auch in Wien war zu der Zeit einiges los, was die Astronomie betrifft. Und zwar ist eben die neue Universitätssternwarte gebaut worden. Hier, wo wir uns gerade befinden. Und es war damals schon eine kleine Sensation. Sie ist nämlich immer noch die weltgrößte baulich geschlossene Sternwarte. Mit 101 mal 73 Metern. Und hat damals auch das weltgrößte Linsenteleskop beheimatet. Heute ist es nur mehr das neuntgrößte oder so irgendwas. Also es ist immer noch sehr erstaunlich. Und die Sternwarte wurde eben 1883 eröffnet unter dem Direktor Edmund Weiß. Den kennen Sie alle, weil Sie sind alle an ihm vorbeigegangen heute. Spätestens heute. Der hängt nämlich im Eingangsbereich als Wandrelief. Können Sie dann schauen beim Rausgehen. Genau, also wir wissen, dass der Albert von Rothschild auch Kontakt hatte zur Wiener Universitätssternwarte. Und das wissen wir vor allem deswegen. Was ist das? Das stammt von Johann Palisa. Er war damals eben an der Universitätssternwarte angestellt. Und man hat ihn auch den Planetenjäger genannt. Er war ein ganz berühmter Astronom, weil er nämlich ganz, ganz viele Himmelskörper entdeckt hat im Sonnensystem. Zum Beispiel Kometen und Asteroiden. Und er durfte die natürlich auch benennen. Und es gibt eben einen solchen Planeten, hat man das genannt, das ist eigentlich ein Asteroid, der den Namen Bettina trägt. Und diese Bettina, die war Alberts Frau. Und außerdem seine Cousine. Das ist ein Hochzeitsfoto von den beiden aus 1876. Und man weiß eben, dass dieser Asteroid den Namen Bettina nach Bettina Rothschild bekommen hat. Man weiß aber nicht, ob der Albert vielleicht dafür auch Geld bezahlt hat. Es gibt einige Quellen, die behaupten ja, andere nein. Es ist jedenfalls klar, dass die beiden, der Albert und der Palisa, Kontakt hatten. Man sagt dem Albert von Rothschild nach, dass er sehr hochtrabend war. Dass er sehr viele Hobbys hatte, sich für sehr viele Dinge interessiert hat. Aber die Dinge, für die er sich interessiert hat, die mussten groß sein und toll und teuer und besonders. Und weil man auch sagt, dass er wahrscheinlich der reichste Mann Europas war, ist es eigentlich nicht verwunderlich, dass er sich für die Astronomie interessiert hat. Weil die Astronomie ganz einfach damals und heute wahrscheinlich immer noch eines der teuersten Hobbys ist. Weil so eine Sternwarte kostet Geld. Und der Albert hatte gleich drei davon. Drei private Sternwarten. Eine stand eben auf seinem Palais, über das wir heute schon viel gehört haben. Und hier sieht man eben das Ansuchen um die Baubewilligung, um das Ansuchen eines Observatoriumsbaus in der Heugasse 24. Er hat aber nicht nur für sich selber Geld ausgegeben, sondern er hat auch wirklich sehr, sehr viel gespendet. Er war auch ein Mäzen. Allerdings hauptsächlich für Dinge, die ihm persönlich wichtig waren. Eines davon haben wir heute schon gehört, der Bettina-Pavillon für seine verstorbene Frau, die mit nur 34 Jahren gestorben ist. Er hat aber auch zum Beispiel sehr gerne Schach gespielt und viele Schachturniere gesponsert. Er hat sich für jüdische Kunst und Musik eingesetzt und da auch sehr viel gespendet. Und für uns natürlich am allerwichtigsten, er hat sehr, sehr viel an die Wiener Universität Sternwarte geschenkt. Und zwar ein Ding, das die Universität Sternwarte Wien, die damals ja wirklich Weltklasse war, unbedingt haben wollte, war die neueste Mode aus Paris, der neueste Schrei. Ein sogenanntes Cudé-Teleskop. Cudé heißt auf Französisch sowas wie abgewinkelt oder Ellbogen oder so. Ich kann leider nicht Französisch, habe ich nur gelesen. Und es wurde erfunden von Moritz Löwi, der selber auch Astronom war und auch ein Jude. Und er ist in Wien aufgewachsen, hat auch in Wien als Astronom gearbeitet und hat aber in Wien keine Stelle als Professor bekommen können, weil er eben Jude war. Er hat sich geweigert zu konvertieren und ist deswegen nach Frankreich emigriert und hat dann seinen Namen auch geändert auf Maurice statt Moritz. Und er hat eben dieses Konzept erfunden und das war wirklich ganz, ganz revolutionär. Sozusagen, um das zu verstehen, zeige ich Ihnen mal, wie ein klassisches, normales Teleskop damals ausgeschaut hat und heute ausschaut. Wir haben hier unseren Teleskop Tubus und er sitzt auf zwei Achsen. Und das ist die Rektastensionsachse oder Stundenachse und dann noch eine zweite. Und diese Achse, die schaut zum Polarstern. Und das ist ganz wichtig, weil man muss sich nämlich vorstellen, wenn man den Himmel beobachtet, wenn man einen bestimmten Stern beobachten will, dann dreht sich währenddessen ja die Erde weiter. Das heißt, der Stern verschwindet eigentlich immer aus dem Bildfeld. Und damit das nicht passiert, muss man das Teleskop immer ein bisschen nachführen. Und das geht am einfachsten, wenn die Drehachse genau parallel ist zur Drehachse der Erde. Deswegen direkt das Tensionsachse, die zeigt zum Polarstern. Man kann das auch anders machen, aber das ist eine gängige Montierung. Und dann gibt es natürlich auch noch eine zweite Achse, die Deklinationsachse, damit ich alle Punkte am Himmel anschauen kann. Klassische Montierung. Das Problem daran ist, Sie können sich wahrscheinlich vorstellen, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Punkt ganz weit oben anschauen will, dann muss ich ja selber als Beobachter, da schaut man rein ins Okular, irgendwie nach unten kriechen, um da reinschauen zu können. Und damals, in der Zeit, gab es auch noch keine Computerkameras, waren so gerade am Kommen, aber noch nicht wirklich im Einsatz. Und man musste wirklich alles mit den Augen beobachten. Also man hat wirklich durchschauen müssen und hatte Zettel und Stift und hat Notizen gemacht, Zeichnungen gemacht. Das war ein sehr anstrengender, körperlich anstrengender Job. Und in dieser eigenartigen Haltung, die man manchmal einnehmen muss, sind natürlich noch viele anstrengende. Und der Moritz Löwe hatte eine Lösung für dieses Problem. Und zwar, indem man die Achsen, die beiden, die wir hier auch haben, nicht irgendwie separat hat, sondern das ganze Teleskop ist die Achse sozusagen. Und das Licht wird eben durchgeleitet durch diese Achsen. Und das ist eben dieses QD-Prinzip. Der Vorteil, man hat immer noch die gleichen Drehmöglichkeiten. Man schaut immer noch in Richtung Nordstern, aber der Beobachter kann gemütlich in seinem Beobachtungszimmer sitzen, auf einem Sessel, muss sich nicht verrenken. Das bleibt immer an der gleichen Stelle hier und kann schön gemütlich Kaffee trinken oder Tee trinken. Und man kann das auch heizen, diesen Raum. Und das war damals total revolutionär. Und man hat sich natürlich davon versprochen, wenn die Astronomen länger arbeiten können, weil das weniger anstrengend ist, gibt es sicher auch bessere Forschungsergebnisse. Deswegen musste Wien unbedingt so eines haben. Und man hat so eines angeschafft. Und man musste natürlich auch ein besonderes Zuhause dafür bauen, für dieses Teleskop. Und hier sieht man eine Zeichnung davon. Vielleicht erkennen es einige von Ihnen wieder. Das ist eine Skizze von diesem QD-Gebäude, wo eben hier dieses Ellbogenteleskop drinnen ist. Da ist der Beobachtungsraum. Und es wurde 1889 gebaut von Fellner und Helmer, die auch das Hauptgebäude gebaut haben, um ungefähr umgerechnet 1,2 Millionen Euro. Also sehr viel Geld. Und der Rothschild, der Albert, hat nicht nur dieses Gebäude gestiftet, sondern eben alles, was da drinnen ist, das Teleskop, die Okulare, auch noch andere wichtige Instrumente und hat zusätzlich auch noch Geld gespendet, damit dieses Gebäude und das Teleskop auch in Zukunft noch erhalten bleiben können. Außerdem hat er noch eine Pendeluhr gespendet. Pendeluhr waren nämlich total wichtig beim Beobachten damals. So konnten nämlich die Astronomen, die hier mit dem Auge beobachten mussten und durchschauen mussten, auch Zeitmessungen vornehmen, indem sie einfach die Zeit gehört haben. Also die Pendelbewegung hat halt ein Klicken gemacht und das hat man wirklich zur Zeitmessung auch benutzt. Und das war das Innenleben von diesem QD-Gebäude. Und ich gehe vielleicht nochmal kurz drücken. Also das war jetzt hier dieser Raum, den man da sieht. Und so hat es dann wirklich ausgeschaut, wie es fertig war. Durchaus ganz gemütlich. Da ist eben das Okular, wo man hineinschaut in dieses große Teleskop. So hat das fertige Gebäude dann ausgeschaut damals. Das war ungefähr um 1900. Und hier sieht man auch das Teleskop, das ausgefahren ist. Und Sie sehen auch daneben gibt es noch ein anderes Gebäude und das ist auch ganz interessant. Das ist das Astrographengebäude. Es ist wahrscheinlich ein bisschen später gebaut worden. Es ist nicht ganz klar aus den Quellen. Aber wir wissen, dass um 1895 ein Astrograph bestellt wurde. Man hat für die Anschaffung, Aufstellung und Errichtung eines astrophotografischen Fernrohres für die Universitätssternwarte 15.000 Kronen in zwei Raten gezahlt. Dieses Instrument, dieses astrophotografische Fernrohr, war was ganz Besonderes auch wieder. Und zwar konnte man damit gleichzeitig, also einerseits beobachten mit dem Auge, wie man es schon kannte. Und andererseits auch Fotos machen. Es gibt hier zwei Fernrohre und das ist tatsächlich dieses Instrument, das damals gekauft wurde. Und es gibt es auch immer noch. Und auch das Gebäude gibt es immer noch. Also man konnte damit Fotos machen, unter anderem. Das war wirklich ganz besonders. Und man hat damit ganz genau die Sternpositionen messen können am Himmel. Das hat man vor allem deswegen gemacht, um zu verstehen, wie denn eigentlich die Sterne verteilt sind in unserer Umgebung. Und eine ganz wichtige andere Sache war noch, auch zu schauen, ob die Sterne sich verändern. Ob die immer gleich sind oder sich verändern. Und auch um zu schauen, ob es zum Beispiel irgendwelche anderen Himmelskörper gibt, die irgendwie durchflitzen, die schneller sind oder so. Und ein ganz, ganz wichtiges Gerät, was man dazu gebraucht hat, war der sogenannte Blinkkomparator. Und den können wir eben heute noch anschauen. Der steht tatsächlich im Keller, nämlich wirklich noch immer dieses Ding. Schaut total eigenartig aus. Es schaut überhaupt nicht aus wie ein astronomisches Instrument. Das ist hier ein originales Bild und das ist wirklich, wie er jetzt ausschaut. Und zwar kann man hier zwei Fotos einspannen, Fotoplatten. Und es gibt zwei Lampen und diese Bilder werden abwechselnd beleuchtet und man kann dann da vorne reinschauen. Das ist ein bisschen wie in ein Mikroskop hineinschauen und sieht abwechselnd zwei verschiedene Bilder. Warum macht man das? Was bringt das? Wir probieren es aus. Ein Bild, zweites Bild. Und ich lasse es hin und her blinken. Und dann sieht man auch schon, woher der Name Blinkkomparator kommt. Man sieht einfach sofort auf einen Blick, wenn sich irgendwas ändert, wenn Sterne heller werden, dünkler werden, wenn irgendwas sich bewegt, entgegen des Sternenhintergrundes. Und dafür wurde das eben eingesetzt. Und dieser Blinkkomparator wurde auch wieder, wer hätte es erraten, von Albert von Rothschild gestiftet, ungefähr um 1907. Er hat aber noch mehr gemacht und zwar hat er eben eine Stiftung für Astronomen zur finanziellen Unterstützung gemacht und zwar aus eigentlich tragischen Gründen, weil sein Sohn Oskar sehr, sehr früh gestorben ist. Oskar war ungefähr vier Jahre alt, wie seine Mutter gestorben ist und hat sich dann mit 21 Jahren das Leben genommen. Und er war selber auch, also Oskar war auch total begeisterter Astronom und Mathematiker. Ich glaube, er hat sogar Physik studiert und ja, als er gestorben ist, hat der Albert eben ihm zu Ehren diese Stiftung für Astronomen ins Leben gerufen. Und das Besondere an dieser Stiftung war, dass, also man konnte da Stipendien und Preise und Expeditionen damit bezahlen, das steht so im Stiftbrief drinnen. Aber das Besondere daran war, dass es eben für die Nachwuchsförderung gedacht war, also für junge Astronomen, absichtlich nicht gegendert, Frauen gab es damals noch keine in der Astronomie, bei uns zumindest nicht. Genau, und Professoren waren ausgenommen, also nur für Junge. Und es waren ungefähr 4000 Kronen jährlich. Also das beantwortet jetzt vielleicht auch die Frage, was denn die Rothschilds sonst noch so gestiftet haben. Das war recht viel, was der Albert gestiftet hat. Nicht ganz so viel, wie das, was sein Bruder gemacht hat, auch für gemeinnützige Zwecke. Aber für uns, für die Sternwarte, natürlich extrem wichtig. Und jetzt ist natürlich die Frage, was ist davon noch übrig? Ist davon noch irgendwas übrig? Und das wollen wir uns jetzt anschauen. Also man hat den QD tatsächlich lange Zeit benutzt. Anfangs bis ungefähr 1903 für visuelle Beobachtungen von Planeten, Kometen, Asteroiden. Und hier sieht man zum Beispiel eine Aufnahme, was wirklich mit dem QD-Teleskop gemacht worden ist, vom Mond. 1903 ist dann was Blödes passiert. Und das ist hier so lustig beschrieben, dass ich das vorlesen muss. Und zwar schreibt eben der Adolf Nartek, ich weiß nicht, warum das da so weiß drüber ist, Adolf Nartek schreibt, dass der damalige Direktor von der Universität Sternwarte Folgendes gesagt hat, Die isolierte Lage und die Eleganz des Pavillons haben nicht verfehlt, Diebe anzulocken, denen unter vollständiger Wahrung ihres Inkognitos gelegentlich zweier Besuche gelungen ist, das QD fast aller Bestandteile von eigenen Metallwerten Metallwerte zu entkleiden. Sehr schöne Formulierung für Ja, die haben halt alles gefladert. So ungefähr. Man hat dann aber noch Geld übrig gehabt, nämlich aus dieser Stiftung. Da war eben auch Geld für die Erhaltung mit eingeplant und konnte dann alles wieder renovieren. 1911 ungefähr war die Renovierung abgeschlossen. 1911 ist aber auch Albert von Rothschild selber gestorben. Und man hat dann zu seinen Ehren das Gebäude und das Instrument Rothschild QD umbenannt. Und es wurde dann auch wirklich in den Publikationen, also in den Forschungen wurde es immer so genannt. 1912 kam dann der Adolf Natek, über den wir schon gehört haben, der übrigens einer war, der auch so ein Stipendium aus dieser Rothschild Stiftung bekommen hat, auf die Idee, dass es doch gut wäre, wenn man an der Universitätssternwarte Spektroskopie betreiben könnte, moderne Astrophysik. Mit der Spektroskopie kann man nämlich schauen, nicht nur, wo sind die Sterne, wie bewegen sie sich, wie hell sind sie, sondern man kann auch wirklich schauen, was ist denn da drinnen in so einem Stern. Und das macht man eben, indem man das Licht vom Stern aufspaltet in seine Farben und dann sieht man unterschiedliche, helle, dunkle Bereiche in den verschiedenen Farben des Lichts. Hier sieht man zum Beispiel ein Sonnenspektrum. Auch das ist ein Sonnenspektrum und zwar aufgenommen mit einem ganz besonderen Instrument, mit einem Spektrografen, den man hier sieht. Und zwar ist eben dieser Adolf Natek auf die Idee gekommen, man könnte ja dieses praktische QD-Prinzip, wo eben das Okular feststeht, auch für etwas anderes benutzen, außer dass die Astronomen es schön warm haben. Und man könnte auch sehr schwere Geräte dort unterbringen, weil der Vorteil ist, es muss sich nicht mitbewegen. Und Sie sehen, der Spektrograf schaut wirklich sehr massiv aus und man hat dafür extra Schienen angebracht, damit man ihn auch vor zurückschieben kann und in Position bringen kann. Aber man konnte ihn eben dort lassen. Der ist immer dort gehangen, auf den Schienen und man konnte ihn einfach rüberschieben, wenn man ihn gebraucht hat und zurück, wenn man ihn nicht gebraucht hat. Und genau, mit diesem Instrument konnte man dann eben auch dieses Spektrum hier aufnehmen, das ist ein Original. Und dieses Spektrum hier ist tatsächlich auch vom selben Instrument, das aber eben mittlerweile bei uns im Keller steht, das Sie auch nachher anschauen können, wenn Sie wollen. Wir benutzen es sogar immer noch für Praktika. Was ist noch geblieben vom Erbe von Albert von Rothschild? Es gibt einen Asteroiden, der den Namen Albert trägt und der wurde natürlich Überraschung wieder von unserem bekannten Palisa entdeckt und nach ihm benannt, also nach Albert von Rothschild benannt, nach seinem Tod. Dann ist er aber verloren gegangen, man wusste nicht mehr, wo er ist und man hat ihn dann im Jahr 2000 wiedergefunden und da kann man ihn sehen, nämlich der Punkt in der Mitte, der sich eben bewegt. Ja, 1918 haben wir schon gehört, Hyperinflation von der Stiftung für Astronomen, die Oskar Freiherr von Rothschildsche Astronomische Stiftung, ist nichts mehr übrig geblieben. 1918 hat es nicht mehr gereicht, um Stipendien auszuzahlen. 1924 waren es vielleicht noch 50 Euro oder so, die übrig waren, also umgerechnet. Und ja, damit haben wir angefangen. Der Grund, warum wir diesen Vortrag halten, die Widmung auf dem QD-Gebäude, die wurde eben entfernt. Wir wissen nicht, wann sie entfernt wurde, aber wir wissen, dass nach 1938 nicht mehr die Rede von Rothschild-QD war, sondern wieder nur QD. Das heißt, der Name wurde sowohl vom Gebäude entfernt, also auch aus der Geschichte entfernt, sozusagen. Später ist der Rothschild-QD dann auch noch weiterverwendet worden, auch wenn das Teleskop selber nur bis 1930 ungefähr im Einsatz war. Man hat dann Büros drinnen gehabt, es waren noch Lehrveranstaltungen dort und es stand tatsächlich auch ein kleines Radioteleskop auf einer der Terrassen. Bis dann, irgendwann im 21. Jahrhundert, das ganze Gebäude nicht mehr genutzt war. Das sieht man an dem Bauzaun hier und auch das Innenleben schaut entsprechend aus. Das Foto kommt aus dem Jahr 2004 und das ist eben diese QD-Ellbogen, die man da sieht und den Bauzaun. Aber das Gebäude selber ist noch in Ordnung und okay. Bis zum Jahr ungefähr 2020. man könnte das jetzt wieder so schön schreiben, wie das beim Einbruch 1903 passiert ist. Aufgrund der abgeschiedenen Lage haben sich leider, ich weiß nicht wie, also ja, Pandemie, wir waren nicht da, wir durften nicht, die Universitäten waren geschlossen oder eine Zeit lang und konnten auch nicht darauf aufpassen, sagen wir mal. In der Zeit ist leider sehr viel kaputt gegangen. Am Anfang war es noch nicht ganz so wild. Man sieht, ein paar Fenster sind eingeworfen. Später ist es dann immer schlimmer geworden. Auch die Innenräume waren eigentlich sehr hübsch davor mit seiner vertiefelten Decke. Und das war schon sehr übel, muss man sagen. Und da haben wir uns sehr drüber geärgert. Das ist das Resultat, so schaut er jetzt aus der QD, immer noch schön. Aber es fehlt eben das Vordach und die Zinnen also diese Zacken auf dem Turm sind nicht mehr ganz so erhalten. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, also für uns war die Frage, was passiert jetzt mit dem Ding? Uns wäre es natürlich extrem wichtig, dass wir das erhalten können. Uns wäre es auch eine sehr große Freude, wenn man es wieder nutzen kann, zum Beispiel als Museum oder auch für Büros. Und auch die IAU, die International Astronomical Union, ist derselben Meinung und schreibt, dass die Sternwarte eben ein Outstanding Astronomical Heritage ist und dass der QD insbesondere ganz, ganz dringend renoviert werden muss. Steht natürlich unter Denkmalschutz, der QD und das Astrografengebäude und das Hauptgebäude. ja, aber nach wie vor ist die Widmung auf dem QD gelöscht. Also der Name Albert von Rothschild taucht da nicht auf und schauen wir mal, ob das in Zukunft sich ändern wird. Die Frage ist, was können wir jetzt da tun? Also vielleicht kennt ja irgendwer von Ihnen einen modernen Albert von Rothschild oder ist vielleicht sogar selber einer. Das wäre natürlich ganz toll. Oder vielleicht hat irgendjemand einfach eine Idee, wie man das Ganze am besten angehen könnte. Und wenn das so ist, dann kann man uns sehr gerne erreichen unter dieser E-Mail-Adresse und die ist noch nicht existent, aber wird bald existent sein und es wird auch eine Webseite geben, wo wir dann alle diese Informationen auch draufstellen können. Ja, gut, das war's von meiner Seite. Vielen Dank. Habe ich jetzt zum Schluss irgendeinen Blödsinn gesagt? Wenn du so reingeschaut hast. Wegen der E-Mail-Adresse? Passt. Okay. Es ist für die Online-Zuhörer. Gastronomische Projekte? Darüber weiß ich nichts. Nein, also wir wissen, dass es durchaus diverse Überlegungen gab von der Uni-Seite und von Big-Seite, aber wir haben keine genauen Informationen leider, was geplant war. Weiß ich nicht. Sonst wäre irgendwas dazu zu sagen. Aber es wäre eine schöne Idee, weil wir bräuchten eigentlich irgendwas Gastronomisches hier. die Bundesimmobiliengesellschaft. Ja. Wer genau war für die Schließung der Unis verantwortlich? Der gehört eigentlich verklagt. Ja. Wer genau war für die Schließung der Unis verantwortlich während Corona? Ja, also man muss sagen, wir haben ja auch nicht damit rechnen können, dass das so schlimm wird. Es gab vorher schon Vandalismus, aber nicht in dem Ausmaß. Also es wurde Polizei eingeschaltet, aber weiß man nicht. Also es ist, ja, es ist auch so, dass leider zwischendurch das QD-Gebäude im Speziellen gelistet war auf einer Seite für gelangweilte Menschen, die gerne in Häuser einbrechen. Das heißt, ja, ich meine, es ist einfach wirklich schön und der Park ist halt, wenn niemand da ist, natürlich abgelegen. Leider. Ja. Ich glaube, die Röcken-Arts vor zehn Jahren damit nicht zufrieden zufrieden. Auch die Schließung der Universität mit damit nicht zufrieden zufrieden, dann findet ihr auch am Wochenende, wenn man da ist. Wenn man da hat, eigentlich viel ist. Jugendliche, die den Park, das ist unterstrahlend, die auch die 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 Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe wirklich viel Zeit damit verbracht, das zu recherchieren. Ich muss sagen, ich weiß es nicht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das was anderes ist, weil das schaut so ähnlich aus wie die anderen Teile. Ich schätze schon. Aber es ist beim Astrografen leider ein bisschen schwierig gewesen, da genaue Infos zu bekommen bis jetzt. Schauen wir mal. Die Recherchen gehen weiter. Vielen Dank.